Hat die Ukraine eine Möglichkeit gefunden, russische Flugabwehr zu hacken? Darauf deuten Berichte über Abschüsse 2er A-50A WAX-Aufklärungsflugzeuge hin. Beide Abschüsse befanden sich außerhalb der Reichweite ukrainischer Raketen. Laut dem Telegram-Kanalspionagedossier komme es zu einem Fehler im Freund-Feind-System der Flugabwehr. Das russische Flugzeug wird dann von der russischen Flugabwehr als Feind erkannt und abgeschossen. Ob und wie die Ukraine in der Lage ist, russische Flugabwehr umzuprogrammieren, ist bisher nicht bekannt.